Hey liebe FCK-Fans! Im heutigen Türchen haben wir als Mannschaft ein Geschenk für euch vorbereitet. Wir verlosen 2x2 VIP-Tickets für eines unserer Heimspieler auf dem Betze und packen noch zwei Trikots obendrauf, die die komplette Mannschaft unterschrieben hat. Wir hoffen euch damit eine Freude zu machen und freuen uns jetzt schon darauf, euch bald wieder hier oben im Stadion sehen zu dürfen. Und ich habe für euch ein FCK Long Sleeve, das seht ihr hier. Und wir haben noch zwei Rucksäcke für euch, einen schwarzen und einen roten. Das könnt ihr beides im Shop reduziert erwerben und das verlosen wir natürlich auch für euch. Und Herr Krause und ich, wir wünschen euch einen schönen, vielen Anblick!